ich weiß geiler name mein ps3-nome verdammt das kann nicht youtube sehen ja das ist eigentlich der Name der Spielernamen von meinem Bruder ja mein Bruder wird mich haten wir machen aber ich finde kann ich bin auch folgen weil gehen wir die Fackeln mal wieder aus oh egal ein Traum geht in Erfüllung DINER Mann DINER Mann 6 Diamanten ein Orgasmus für die Seele ja ein Orgasmus wie man es auch gerade hören kann aber das ist es ja wirklich eine Erleichterung wenn man lange in einem Käfer herumrennt und einfach kein jemand findet auf andere findet man zu Uhr plötzlich ich habe die Witze eingeschaltet oh mein Gott ich höre es Bisschen Cave drin ja meine Bude wird langsam eine richtig schöne Junggesellenbude ist baurig es sieht zwar aus wie eine Villa aber mhm rechtschreibfehler ich bin aggressiv mhm so man kann mal jemand die Blitze ausschalten die Nerven auch wenn ich gerade nicht draußen bin da 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 ich habe Diamant sid das ist doch gut wer spammt nein 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 ikke weg 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 nein 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 wo sind die jetzt auf einmal Nicht dein Ernst. Tim? Was? Hier ist schon wieder ein Spawner an der Decke. Und ich bin jetzt gerade wieder voll erschrocken, weil auf einmal sind hunderte Spinnen auf mich zu gerannt kommen. Haha, Spinnen, du bist runtergefallen. Oh, sie kommt hoch. Die ist zu dumm zum Hochkommen. Merkt euch das, Leute. Spinnen sind nicht nett. Das ist eine Lebensweisheit. Eigentlich ja nicht, aber... Ähm... Nehmen wir uns einfach mal ein paar Sachen weg. Mir? Nein. Oh Gott. So. Wie müssen wir an meine Diamanten weg? Dann hasse ich dich. Du wirst deinem Lebtag nicht mehr froh sein. Ach komm, der spawnt immer noch. Geh weg. Und ja. Und ja. Ich bin wieder bei meinem Ausgangspunkt. Naja, dann kann ich jetzt aus dem Cave rausgehen. Ich kann dann den Weg nach draußen. Ich habe mir jetzt Slimeballs gescheatet, weil ich die Slimeballs weggebrochen habe. Kann es sein, dass es da ein bisschen zu viele Blitze draußen sind? Mh, ja vielleicht. Weil ich höre es jetzt dauernd nur noch BUM 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 BUM! Was aber hier schon alle angekündigt wird. Nein! Tag! Und es kam noch. Es ist nachts. Ja, ich bin. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Für mich ist das? Was ist das? Ja, ich bin. und ich bin wieder an der Oberfläche Stil... äh... Thürmen Thürmen hier reitet ein Skelett auf einer Spinne ein so genanntes Reiterskelett Stil... ein Koppel It's raining man Halleluja, it's raining man Sie ist jetzt gerade in die Luft geflogen Nix, deine Mutter Sie hat wieder gegessen So Ja dann Mom, hör auf, so viel zu fressen Juhu, ich habe ein Diamantschwert Jetzt finde ich mich cool Oh, Minecraft ist... Run out of my memory Sorry Ah, ist doch gut So, jetzt habe ich hier den Schalter und den kann man beim Haus auch nicht betätigen Sollte man sich nicht hören Hä? Moment, so... Das ist der richtige Sascha Hi Hallo 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 YouTube, das ist Wayman Pokéfreak irgendwas auf YouTube Yeah, Pokéfreak 267 oder 9 Ja Juhu Wenn ihr jetzt auf die Kiste klickt, kommt ihr auf... Warte mal... Wenn ihr jetzt auf die Kiste klickt, kommt ihr auf seinen Kanal Oh mein Gott Oh mein Gott So, perfekt So, Tim, kannst du bitte mal mein Haus protecten? Sorge, SPP Haus Ah, Tim ist ja sozial Oh Naja, und meins kannst du dann später noch protecten Aber ich kann irgendwie keinen Drops einsammeln, da ist ja das Problem Hier keinen Drops einsammeln Also, komm mal, wenn du das fertig protectet hast, zu meinem Haus Also, da ist direkt neben dem Spawn Dort, wo ich gerade stehe Da sind hier Bäume halt Oh, Pobel mir Einen Kontaktanfrage schicken Oh Ja Haha Wird er annehmen, wird er annehmen, wird er annehmen Er hat angenommen Uh Yay Wow, wow, wow Leck Hala Okay Tim, hast du einen Protected? Moment, ich bin da schon bei dir, wenn ich den Protect habe Okay Tim, hast du eigentlich meinen Berg schon Protected? Nein, noch nicht Einen Berg Protected? Wieso denn das? Ah, du willst ja dein Haus bauen Das ist mein Privates Das ist mein Privates Das ist mein Privater Berg Das ist mein Privater Berg Ja Und es schifft wie aus einmal Und es schifft wie aus einmal Wo ist dein Name Weil ich kann mit Strings um mich hier rumschmeißen Hast du nämlich so viele? Ich habe in einem Cave habe ich vier Spinnenspawn auf einmal gefunden Ich habe einen Fleck Oh, naja So, ich bin bei dir Du kannst ein Jahr logisch einfach so bauen Weil du bist auf der Stadt Protected Dann wollte ich Ja, 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 ich kann das ja auch abbauen Aber, äh, komm mal Wenn ich jetzt was einsammle, kriege ich das nicht in meinen Inventar Du hast doch in der Hand, Brot Ja Du bist in der Hand, Brot Moment, äh, ich geh nur Oh, ups Falscher Server Ist ein bisschen kompliziert jetzt mit das Verwall ist Okay Entschuldige Dann Aber kannst du auch direkt das Grundstück dann Protecten Ja, bauen wir doch gar nicht, du bist auch schon schon Protected Kannst auch hier bauen Mir geht der Regen auch nicht Naja, aber halt, äh, die anderen VIPs können dann abbauen Nein, die kriegen ja nur ihr eigenes Grundstück Protected Uiuiui Ach so, also Ah, kapiert Die sind, die haben nicht die Stadt Protected Okay, also, falls was, ich kann dann in der Stadt bauen Aber was ich nicht tun werde, natürlich Ich mag Regen nicht Ich mag Regen Ich hasse Regen Boah, wie geil die Blitzer aussehen Okay, Tim, kannst du mir mal vielleicht zwei Millionen geben? Oder eine? Ja, hier geh hinter der Drahthof, da kannst du welche nehmen Ah, ist da was? Ich hab Angst, dass ich vom Blitzer schlagen wird Ah, so, ganz vergessen, da ist ja eine Melonenfarm Woah Das vom Blitzer betet Dann muss genau über meinen, über meinen, über meinen, über meinen Berg sein Okay, mein Geilerpilz Wenn man um 8 Uhr werden die zusammen die Areen zusammen machen Okay, ich bin ein Verstanden... Das wird schwierig, aber wir müssen das machen Naja also nur sagen wie es geht dann kann ich es jetzt da hinsetzen dann müssen wir so machen an der Landschaft was wollen wir genau machen ach ja ich wollte Mülleimer Mülleimer hey was bekommt man eigentlich wenn man Pumpkins hier zur Farm macht also da bekommt man ja Pumpkins und wenn man die Abbau kriegt man genau mal Pumpkins ich hab so viel Eisen das ist nicht mehr schön kann ich dann was abhaben ich weiß nicht mehr schön ist ich mache mir gerade eine Rüstung ah sieht doch geil aus Oh mein Gott ich habe eine Melone gegessen und auch noch volle Lebensanzeige gekriegt für ein Creeper jetzt sehe ich sexy aus hast einen sexuellen Skill? Nö ne sexy Rüstung wieso wieso? wieso? Vielen Dank.